Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für die AfD-Fraktion schlage ich heute meinen geschätzten Kollegen Johannes Mayer als Vizepräsidenten vor. Er ist 35 Jahre alt, in Nürnberg geboren und in Ansbach aufgewachsen. Seine familiären Wurzeln liegen in Duisburg und reichen über Holland bis nach Indonesien. 2009 hat er das Fachabitur abgelegt, darauf folgte eine kaufmännische Ausbildung und in seiner letzten Tätigkeit war er als Regionalverkaufsleiter zuständig für 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besonders engagiert er sich für die Jugend, damit die nachwachsende Generation eine solide Ausbildung und individuelle Förderung enthält. Denn für uns gilt, unsere Jugend ist unsere Zukunft. Johannes Mayer ist ein junger, hochmotivierter Abgeordneter und er wäre ein würdiger Vertreter im Präsidium des Hohen Hauses. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, bis heute fehlt ein Vertreter der AfD im Präsidium des Landtags. Erst durch ihn gewinnt dieses Gremium seine Legitimität. Deswegen bitte ich um Zustimmung für unseren Kandidaten Johannes Mayer sowie für Jörg Baumann als Schriftführer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017